Um 15.40 Uhr am 19. Mai 1978 vertikal über der Stadt Kolbesi in Zaire erscheinen plötzlich 500 Fallschirme am bleihenden afrikanischen Himmel. Die Operation Bonit oder Leopard hatte begonnen. Vom Flughafen der Stadt Kolbesi her sind heftige Detonationen zu hören. Der zweite Schaberkrieg nimmt seinen Lauf. Unterstützt von Angola und Kuba dringen etwa 4000 Katanga-Rabellen genannt Tiger in die Stadt ein und beginnen damit wahllos harmlose Zivilisten abzuschlachten. 17. Mai in Calvi-Corsica, der Hochburg der Fallschirmege der Fremdlegion, erhält Kolonel Erulin, der Regimentskommandeur des 2. Regiment étranger des Parachutistes, einen Anruf direkt von der 11. Luftlandedivision und dann die Bestätigung per Telegram. Es verlegen am 18. Mai um 5 Uhr morgens nach Solensara zur Luftwaffenbasis 126 ein taktischer Führungsstab, vier Kampfkompanien, ein Aufklärungs- und ein Mörserzug. Noch am selben Morgen des 18. Mai 1978 verlegen die knapp 650 Fallschirmege der Fremdenlegion von Corsica nach Kinshasa. Am 19. und 20. Mai springen sie gefechtsmäßig in einem Einsatzsprung über Kolvesi ab. Noch in der Luft am Schirm hängend werden die falschen Meger der Fremdenlegion von den Katanga-Rabellen beschossen. Am Boden wird in Rekordzeit gesammelt. Die Kämpfe um die Stadt sind heftig, brutal und schnell. Einige Tage später, am 28. Mai gilt der Auftrag als ausgeführt. Die Stadt Kolvesi befindet sich fest in der Hand der Männer des 2. Regiment étranger des Parachutistes. Am Ende der Schlacht um Kolvesi sind 250 Tigerrebellen tot. 2 gepanzerte Fahrzeuge zerstört. Tausende von Waffen als Kriegsbeute konfisziert. Das Döse im Rep beklagt 5 Tote, einen unter Offizier und 4 Legionäre und 20 Verletzte. Nun, ich möchte diesem Bericht nichts hinzufügen. Ich kannte viele Männer, die in Kolvesi im Einsatz waren persönlich. Ich habe oft und lange mit ihnen gesprochen. Und alle bestätigten mir, dass Schnelligkeit, Entschlossenheit und Schockwirkung den Unterschied ausmachten. Und spätestens seit der Schlacht um Kolvesi wusste auch die Welt da draußen, dass Fremdenlegionäre per se nicht da sind, um zu töten. Es sind keine Killer. Denn Kolvesi war eine Rettungsaktion. Es war eine Geiselbefreiung. De facto ist die Fremdenlegion ein Instrument in europäischer Hand, um Leben zu erhalten. Amitié Legionnaire euer Thomas Kahn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017